Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Kann ich rauchen? Ja, klar. Danke. Schule und? Hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Also was gibt's da? Aber ich weiß es. Das ist die Frage, was du? Nein, quer's? Ja, warum? Ich hab's die Frage zu, was du bist? Ich bin doch ein tolles Jaun. Das ist die Frage, was du sagst, was du sagst, was du sagst? So, was du sagst? Okay, was du sagst, was du sagst? Weißt du sagst, was du sagst. Was du sagst?